Grüß Gott! Die Pandemie, von der wir so viel hören, über die wir so viel berichtet bekommen, fordert ihre Opfer, nicht nur im gesundheitlichen, sondern auch in der Wirtschaft. Immer mehr Pleiten werden registriert, es gibt immer mehr Insolvenzen, das ist nicht gut. Und vor allen Dingen gibt es keine offensichtliche Fantasie im Blick auf den Pflegenotstand, den wir bald haben werden. Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt uns, dass wir im Jahr 2035 500.000 Pflegekräfte zu wenig haben. 500.000, eine halbe Million Pflegerinnen und Pfleger fehlen dann. Das ist nicht gut. Das ist keine starke Nachricht. Das ist eigentlich eine Notnachricht, auf die reagiert werden müsste. Das hat auch etwas damit zu tun, dass diejenigen, die unsere Menschen in den Krankenhäusern pflegen, die ihnen helfen oder die ihnen zu Hause helfen mit Pflege, dass diese Menschen äußerst schlecht bezahlt werden. Da reicht kein Klatschen bei irgendeiner Pandemie oder einem Abend, sondern solche Menschen müssen wirklich gewertschätzt werden. Und das zeigt sich eben auch in einer fairen und gerechten Bezahlung. Naja, wir sind im Wahlkampfjahr. Und es gibt im September einen neuen Bundestag zu wählen. Wollen wir mal hoffen, dass die Parteien der ein oder andere auf die Idee kommt, gerade mal an der Stelle viel Geld zu investieren. Wenn wir so hören, wo überall sonst Geld investiert wird, teilweise auch verbrannt wird, dann kann man schon mal auf die Idee kommen, dass es sinnvoller wäre, das in wirkliche Humanität zu investieren. Und dazu gehören Pflegerinnen und Pfleger. Die müssen wir stärken. Denen müssen wir eine Chance geben, dass es mehr von ihnen gibt. Und dass sie mit noch mehr Begeisterung ihren unglaublich starken Dienst leisten können. An jedem Menschen, an den Menschen insgesamt, an einem Volk, an der Gesundheit, für uns alle. Das hilft nämlich auch uns allen. Nur Mut, den Pflegenotstand ins Auge zu nehmen und dagegen vorzugehen. Ihr Martin Lohmann Das hilft, den Pflegerinnen und Pflegerinnen und Pflegerinnen und Pflegerinnen und Pflegerinnen.